Dieses Gefühl von Geborgenheit? Man besucht seine Eltern oder Großeltern, setzt sich in einen bequemen Sessel und weiß ganz genau, hier wird man liebevoll mit Kaffee und Kuchen bedient. Man lauscht der leichten Musik im Hintergrund, unterhält sich über Gott und die Welt und spielt nebenbei Gesellschaftsspiele. Sehr beeindruckend, wirklich. Ich bin hier schon 10 Minuten nur in diesem Raum und bin einfach nur geflasht und beeindruckt. Dieses Gefühl hatte man selbst hier, hier an einem Ort, wo diese Momente schon lange nicht mehr existent sind. Liebevoll eingerichtet, absolut unversehrtes Inventar und eine augenscheinlich tragische Geschichte spielte sich hier an diesem Ort ab.